... und die Kurse verfassern halb im Jahr der Euro, die die Machtmissbrauchs bestätigt. Thomas Ure, muss die Überdrückung bitte geurteilen? Man kann es eigentlich auf einen Punkt bringen, dass sie recht haben. Klar festgestellt, Microsoft hat seinen Machtmissbrauchs bestätigt ausgelostet und mit dieser Wache verhindert, dass Konkumenten eine faire Chance hatten, jedenfalls die Machtmissbrauchs ausgelostet.